hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich mal wieder das spiel clash of clans irgendwie kommen keine neuen spiele mehr es kommen immer die gleichen auf eine art ist es gut auf einer anderen art irgendwie ein bisschen was neues was soll ich euch dann zeigen wenn immer wieder gleich gekommen naja egal kann ich hier ganz mitmachen kann ich auch so also das ist meine klaren burg das ist meine burg wir sind gerade in der klaren liga da hatte ich gestern schon einen angriff gemacht mit einem stern das steht 20 zu 20 in der klaren liga wir sind auf platz vier also wir werden nicht mehr aufsteigen können weil dann bräuchte mal jetzt 50 53 gerne und so viel spiele spielen bei uns nicht gottes wieso nur noch ein tag daher meine frau brauchen auch verstärken dann gehen wir ihr mal ein drachen drei bogenschützen und drei magier zauber nichts so hier kann ich meine frau ein auto geben und den anderen habe ich dem frost zauber gegeben zauber zauber vor zauber herstellen auto auto produzieren schauen oh die skelettfall kann ich verbessern das ist gut ja meine burg ist immer noch auf rathaus zwölf zwei sterne ja sonst hat sich hier noch nicht viel geändert ich glaube das lässt man auch vor vier tagen wo ich die quest hatte so gibt es da vielleicht was umsonst bei den händler den händler den gibt es ab rathaus 8 ich glaube das war rathaus 8 und der händler verschenkt manchmal ein zaubertrank muss halt ist halt super wenn man manchmal rauf schaut anfrage nach verstärkung senden was kann ich noch machen so hiermit bin ich fertig dann mache ich jetzt mal hier acht stunden forschung geht auch nichts das wäre eine million ich habe 390.000 wieder fast dran machen wir mal ein duellkrieg hier und hier ist die dingens Mist so ich würde auf der falschen seite den angreifft den ich mache das alles so hier Winter ich kann euch das nicht ich kann euch das ich kann euch das ich könnte euch die Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich von der Seite gemacht hätte, weil dann hätte ich wahrscheinlich lieber noch kaputt gekriegt. Bei die beiden sage ich immer, am gefährlichsten sind der Minenwerfer, der schießt halt von ganz weit weg. Und der macht richtig üblen Flächenschaden. Halte mal auf der einen Stelle. Haben wir einen Duden L gespielt gewonnen. Machen wir jetzt nochmal hier einen Kampf. Und hier achte ich immer darauf, dass die Artillerie schon deaktiv ist. Hier ist er aktiv. Na, mein nächster. Der ist auch aktiv. 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 Am Wochenende ist immer schwer. Ich glaube, da spielen die meisten Leute. In der Woche ist er auch aktiv. Aktiv. In der Woche sind meist nie so viele Leute, die so spielen. Aktiv. Aktiv. Oh, ich glaube, der ist... Ja, der ist deaktiv. Das hier sieht man dann den Loch hier, wo es ein bisschen rausqualmt. Der 287 Elixier und 300 Gold. Ah, ist nicht gerade super viel. Aber ich glaube, die werden wir nehmen. So, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, ich greife von hier an. Der ist auch deaktiv. Das ist schön. Ich muss nur die Dingens kaputt machen. Eins. Zwei. Aber ich greife mit Drachen an. Da habe ich Luftangriff. Wo sind die andere Dingens? Um ins... Ach, da sind zwei. Na gut. Da war Wasser. Wo ist noch was Gefährliches für die Drachen? Magianturm ist da vorne. Hier geht er nach. Dann ist da ein Bier. Mal kurz einfrieren. Nein. Hier sind alle unbesiegbar in dem Bereich. Für zwei, drei Sekunden. Nein, meine Könige. Ach, nee. Also ich denke mal, das wären drei Sterne. Sieht zumindest sehr gut da noch aus. Das heißt dann auch, wir haben die ganzen Elixiergold und Dunkel Elixiervorräte von hier weggenommen. Oh, meine Königin ist gestorben. Auf den letzten Meter. Und alle fünf Sterne voll. Hurra. Jetzt habe ich den heutigen Aufgabe eigentlich. Die fünf Sterne. Das waren noch von gestern. Die anderen Sterne. Die anderen Sterne. Man kann immer bis zu zwei Tage die Queste sammeln. Was heißt Queste? Die Aufgabe. Gibt es ja nur zwei Aufgaben immer. Fünf Sterne in Mehrspieler-Modus und drei Sterne, drei Siege in Duell. Das sind vielleicht nicht die Prozente, die fehlen. Das ist nicht. Das ist nicht. Warte. Ja. Ja. Super. Und die Queste ist fertig. Nein. Und die Durfte-Burg. Mach du erst den kaputt. Ah. Dann auch geschafft. Na ja. Immerhin zwei Sterne. Und wie viel Prozent? 71. Es wird knapp. Schauen wir uns mal den Gegner an. Wie weit der schon ist. Ah. Ich glaube der kriegt auch zwei Sterne. Aber der kriegt meine Prozentzeit nicht. Aber der kriegt meine Prozentzeit nicht. Nein. Nein. Ein Stern. Oh oh. Die Ex ist dort. Jetzt sind noch die letzten Fledermäuse da. Oh. Gewonnen. Super. Ja. Dann meine Quest auch fertig. Auch von gestern. Die von heute noch gar nicht da. In sieben Stunden kommt die von heute. Dann lass mal die mal ein bisschen schneller arbeiten. Ich denk zwar nicht, dass ich heute hier nochmal was spielen werde. Doch. Muss die nachher. Muss nachher noch. Den Krieg machen. Der fängt in sieben Stunden an. Gut. Das war's dann für heute. Ich muss nochmal kurz. Ich greif überwiegend mit den Drachen an. Das ist eigentlich das leichteste. Muss auf am wenigsten auf Sachen aufpassen. Ja. So. Das war's dann für heute. Na gut. Dann gehe ich jetzt zum Vollbild wieder aus. Ach. Der arbeitet hier noch gar nicht. Mauer. Mauer. Hm. Kein Geld mehr. Na gut. Egal. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao.